Zwischen 2020 und 2023 haben sie 2.159 neue Dienstposten geschaffen. Also ich weiß gar nicht, ob die Port Klimakleber so viele Leute zusammenstehen und ob der CV überhaupt noch so viele Leute hat, die man da überall alle hinsetzen kann. Das weiß ich nicht, aber sie haben Jobs, Jobs, Jobs erschaffen, nur für Leute, die ihnen offensichtlich nahe stehen. Und das Ganze geht weiter. Von 2024 bis 2027 gibt es noch einmal 1.853 Jobs zusätzlich dazu. Sie sichern jetzt schon ihren Abgang und ein paar von den Abgeordneten, so wie der Herr Prost dann in weiterer Folge und so, die werden wir dann wieder finden. Im Parlament werden sie dann nicht mehr sitzen, die werden dann wieder in irgendwelchen Ministerien aufschlagen. Das Bundeskanzleramt hat 9 Abteilungsleitern, 3 Gruppenleiter zusätzlich erfunden. 1,7 Millionen Euro zusätzliche Kosten, die hier erwachsen worden sind. Da gibt es gar schon bis zu 9.000 Euro brutto. Da werden wir auch wieder den einen oder anderen Abgeordneten von der ÖVP finden. Dort dann irgendwo versorgt werden muss. 104 Pressemitarbeiter gibt es im Bundeskanzleramt. Die kosten 450.000 Euro im Monat. Und da stehen wir oft die Frage, was machen die eigentlich beruflich, wenn dann solche Dinge passieren, wie der McDonalds-Sager vom Herrn Bundeskanzler. 104 Pressemitarbeiter. Also da hätte man schon ein bisschen einen vernünftigeren Output erwartet. Und das Gleiche spielt es natürlich auch im Ministerium von der Frau Gewessler. Dort gibt es alleine über den Sommer 25 neue Posten. Insgesamt sind es heuer 40 neue Posten. Und die Umfärberei wird natürlich in erster Linie vom Vizekanzler Kogler möglich gemacht. Denn in seinem Ministerium werden diese Plan-Posten dann auch freigegeben. Und da wird das auch alles ermöglicht. Und da wird das auch alles ermöglicht.